Herzlich Willkommen auf jeden Fall Wie ihr hier sehen könnt, Emergency Hamburg. Wir brauchen erstmal eine Waffe. Da fahr ich jetzt eben mal kurz hin. Warte, wie viel Geld habe ich denn? 28k? Sehr wenig. So. Holen wir uns eine MP5. Mann, ihr fliegt gerade so ein blöder Helikopter rüber. Ist sogar noch nicht offen. Naaaaaah. So, dann fahren wir mal weg. 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 So, dann bin ich wieder. So, dann fahren wir mal weg. 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 Okay, passiert nix gut. So, dann fahren wir mal weg. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, naja, ich hab kurz vergessen, dass ich noch aufnehme, Leute. Deswegen hab ich grad gar nichts gesagt. Sorry dafür. So. Mal gucken, was der macht, dann schieß ich den um. Weiter, okay. Naja, wir wollen ja... Och, Junge. Perfekt. So, jetzt kann ich weisen. So. Fahren wir mal... ...hier hin. Ah, hier ist es noch... Oh, yes. ...hier hin. So. 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 Okay, ich hab ihn umgeschossen. Perfekt. Fahren wir nochmal hier hin und gucken, ob hier alles frei ist. Ansonsten fahr ich jetzt kurz zum ADAC. Okay. 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 Ah, hier ist... Hier ist noch zu langer. Zack. Zack. Und let's go. Zack. Zack. Und weg hier. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Schaut außerdem auch mein Discord-Server vorbei. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandl. Ciao, ciao.